Ja, wir sind wieder unterwegs nach der langen Sommerpause und auch ein bisschen Corona-Pause mit unserer E-Mobility-Sendung E-Motion. Wir fahren jetzt gerade über die Werratalbrücke, also von Thüringen nach Hessen rüber, denn die Tank & Rast hat hier heute eine große Party vorbereitet, nämlich die Eröffnung einer nagelneuen Rastanlage und einer vielversprechenden Ladeinfrastruktur, die die ENBW betreibt. Ich will noch nicht zu viel verraten, aber ich bin schon sehr gespannt. Wir müssen natürlich auch wieder laden, um dann zurückzufahren. Und ja, es tut schon gut, auch wieder unterwegs zu sein, jetzt hier mit dem Elektroauto mal wieder ein paar Touren zu machen. Und ich kann nur sagen, willkommen zurück bei E-Motion. So, dann wollen wir mal zum ersten Mal laden hier in Werratal-Süd. SoC bei 22 Prozent, muss dann auch sozusagen und damit heute dann auch noch die Fahrt nach Berlin klappt. Mit Tankwart-Service. Selbstverständlich. Jörg Hofmeister ist hier, Chef für alles Elektrische bei Tank & Rast. Ganz genau. Herzlich willkommen, Peter. E-Mobility. Ja, vielen Dank. So, jetzt wollen wir mal gucken. Verbindung wird aufgebaut. Ah, ich muss ja noch hier Gas geben. Jetzt der linke. Nehmen wir mal den, genau. So, Ladekabel ist schon drin. Müsst ihr ja eigentlich ja jetzt erkennen. Und dann loslegen. Genau, 22 Prozent. Und jetzt gibt es Vollstrom für mein Auto. Und wir können ein bisschen plaudern über diese tolle Anlage hier, oder? Ja, Ladestationen und die gute alte Zapfsäule für Benzin und Diesel unter einem Dach. Ist das der Durchbruch, der finale Durchbruch der Elektromobilität in Deutschland? Peter, ich glaube, damit bereiten wir uns zumindest auf den Durchbruch der Elektromobilität in Deutschland vor. Wir haben in den letzten Jahren ja schon als Tank & Rast gemeinsam mit dem Bundesverkehrsministerium, auch mit den Kooperationspartnern angefangen, ein flächendeckendes Netzwerk zu schaffen. Diese Flächendeckung ist heute schon Realität. Und haben wir gestern noch von 50 kW gesprochen, sprechen wir heute schon von 300 kW, was natürlich die Ladeleistung massiv verkürzt. Und das gehen wir in den nächsten Schritt. Wir sehen, dass die Frequenzen, auch die Anzahl der Ladevorgänge, sich sehr, sehr stark entwickeln. Auch trotz Corona in den letzten Monaten. Und wir wollen jetzt den Schritt gehen, das Kundenerlebnis noch weiter zu verbessern. Und diese Vorteile bietet dieser Standort, der der erste Standort ist, den ich kenne, mindestens aber der erste Standort auf der Autobahn. Tatsächlich haben wir gerade im Hintergrund gehört, dass noch nicht alles elektrisch fährt. Insofern wird das da drüben zumindest noch ein bisschen gebraucht. Aber vielleicht können wir über den Standort mal so ein bisschen reden. Wir haben jetzt hier eins, zwei, drei, vier Ladestationen. Welcher Leistungsklasse und wo kann die Reise hier noch hingehen? Ganz genau. Wir haben hier direkt unter dem Dach haben wir drei Ladesäulen mit jeweils zwei Ladepunkten, mit bis zu 300 kW Ladeleistung. Was natürlich das Besondere an diesem Standort ist, ist, dass wir einmal eine deutlich bessere Auffindbarkeit haben, als das sonst der Fall ist. In der Vergangenheit hat man sich überlegt, okay, wo kann so eine Ladeinfrastruktur ganz gut stehen? Da war der Ladevorgang noch deutlich länger. Also war er meistens im hinteren Bereich, in der Nähe der Rastanlage. Und hier haben wir uns entschieden, das tatsächlich sozusagen gleichberechtigt mit dem Tankvorgang zu machen. Ich nenne es immer die Demokratisierung von Laden und Tanken, wo wirklich jeder die Wahlfreiheit hat. Du hast natürlich hier den Vorteil, du siehst es direkt, wenn du von der Autobahn abfährst. Du hast hier die Möglichkeit einer Durchfahrtlösung. Das heißt, kannst hier mit Anhänger auch laden oder vielleicht... Das finde ich besonders schön gelöst hier. Auch die Transporter, die jetzt auf den Markt kommen mit den unterschiedlichen Positionierungen des Ladeanschlusses. Da kann ja hier jeder so seine Lücke finden und muss vor allem nicht mehr rangieren. Ganz genau. Und das ist der Punkt. Und das ist genau diese Strategie, die wir verfolgen, wenn wir sagen, okay, wir kommen langsam in Richtung des Massenmarktes, prüfen wir also auch weitere Standorte, insbesondere neue Standorte oder auch Standorte, die wir umbauen, ob wir tatsächlich solche Layouts oder ähnliche umsetzen können. Das ist ja hier jetzt eine ganz neue Anlage, Werratal Süd, gebaut. Was wurde hier investiert und kann man das so wirklich an vielen Standorten auch noch machen? Ja, also der Standort ist natürlich etwas teurer als die anderen Standorte. Wir haben natürlich auch mehr Ladepunkte, wir haben ein verlängertes Tankdach, wir haben an sich mehr Flächen. Der Standort in Summe hat 7 Millionen Euro gekostet. Da kommen ungefähr nochmal so 800.000 Euro für die Ladetechnik dazu. Die hat unser Kooperationspartner EMBW getragen. Ja, und wir freuen uns sehr, dass wir diesen Standort jetzt hier heute eröffnen können, weil wir einfach glauben, dass wir ganz viele Aspekte des Kundenerlebnisses hiermit verbessern. Ja, allein schon das Dach drüber ist dann für heute ja nicht so notwendig, wobei Sonnenschutz auch gar nicht so schlecht ist, aber spätestens dann im Regen wirklich eine tolle Sache. Und das wünschen sich ja in der Community tatsächlich alle. Also da habt ihr, glaube ich, einen Wunsch aufgenommen, der sehr groß ist, oder? Wenn man das so liest. Absolut, ja, Schutz vor Wind und Wetter und tatsächlich auch da diese Gleichberechtigung. Natürlich kriegen wir auch Feedback. Mensch, der Tankkunde ist geschützt, wenn es mal ein bisschen windiger ist oder wenn es regnet. Der Ladekunde leider nicht. Und genau das setzen wir jetzt hiermit um. Und wir wollen auch in Zukunft stärker auf Überdachungen setzen, stärker auf Durchfahrslösungen setzen, stärker auf skalierbare Lösungen setzen. Du hast hier auch den Vorteil, dass wenn es tatsächlich mal so sein wird, dass der Bedarf an Laden größer wird, dass wir dann vielleicht auch einmal eine Zapfanlage vielleicht mal zurückbauen, dort neue Ladesäulen hinstellen. Das heißt, hier ist eine skalierbare Lösung geschaffen worden, die wir in den nächsten Jahren dann auch nutzen. Also Netzanschluss entsprechend groß ausgelegt auch. Genau, wir haben hier schon Netzanschluss von 1,6 Megawatt. Das heißt, wir können hier durchaus noch weitere Ladesäulen erweitern, ohne dass wir den Netzanschluss direkt vergrößern müssen. Schön. Dann ist ja der Boden bereitet für den Ausbau und den Hochlauf der Elektromobilität. Und bevor es hier jetzt gleich an die Eröffnung geht, sollen wir noch einen Kaffee trinken? Ich würde dich gerne auf einen Kaffee einladen. Oh, danke. Dann schauen wir mal rein in die neue Anlage hier. Na, das war doch mal ein leckerer Kaffee hier in Werratal-Süd. Traumwetter für die Eröffnung heute. Ach, Timo ist auch schon da. Timo Silber, der Vertriebschef der ENBW zur Eröffnung einer tollen Anlage. Kann ich nicht anders sagen? Ja, absolut. Ich glaube, das ist ein Meilenstein für uns. Mal unter einem Dach Mineralöl und Elektromobilität. Und das an der Autobahn. Nicht schlecht. Ist das jetzt so ein bisschen auch das Grunddesign der Anlagen, die ihr hier so plant im nächsten Jahr? Also wir planen in der Tat jetzt eine ganze Menge Anlagen mit Dächern und werden auch ganz viele dieser Ladeparks eröffnen. Wir planen jetzt so 100 Ladeparks in den nächsten zwölf Monaten mit bis zu zwölf Ladepunkten, 300 kW Leistung, Urban, aber auch an Autobahn. 100 Ladeparks in zwölf Monaten? Ja. Dann habt ihr wie viel vor Kunde in zwölf Monaten? Also wir werden wahrscheinlich so bis Ende des Jahres zwischen 600 und 800 Standorte vor Kunde haben und planen dann im Jahr immer so um die 300 bis 400 Standorte live zu nehmen, sodass wir, 2025 ist unser Ziel, 2500 Standorte und halt entsprechend die Menge an Ladeparks immer so um die 100 pro Jahr wäre Idealvorstellung. Also man kommt ja schon gar nicht mehr mit. Also ENBW ist ja gefühlt gerade jede Woche bei uns im Newsletter. Was ist denn so jetzt die Strategie? Hochleistungsladen kennt ja jetzt nicht mal mehr die Begrenzung auf die Achsen, sondern ihr macht es ja quasi überall. Ja und das ist genau die Strategie. Du sagst es, wir wollen Hochleistungsladen überall verfügbar machen. Wir haben ja angefangen mit den Achsen. Das waren die Beginne von Tank und Rast. Jetzt sind wir hier so, Entschuldigen Sie, ich sage mal Tank und Rast 3.0 nenne ich es jetzt mal. Und wir sind aber gleichzeitig jetzt dabei eben genau das Urbane zu fördern. Wir haben letzte Woche, hast du ja mitbekommen, in Stuttgart den ersten Hochgeschwindigkeitsladepark mal mitten in der City gemacht. Und das halt ganz besonders für Kunden, die einfach keine Wallbox haben, die keine Infrastruktur haben, die dann während, ich habe vorhin so scherzhaft mal gesagt zu einem Kollegen, wenn du dein Bananasplit isst, dann ist dein Auto vollgeladen in der Innenstadt. Geladen mit Bananasplit, auch nicht schlecht. Wenn ich so durch die Lande fahre, ich würde mir ja noch wünschen, so diese Situation, dass ich gar nicht mehr drüber nachdenken muss, an welchem Rasthof ich abfahre, sondern da ist immer was. Habt ihr so ein Ja im Kopf, wo ihr sagt, da wollen wir auch hin? Also wir haben ein Ja im Kopf. Wir haben so einen Plan, dass wir sagen, wir hätten gerne so alle 40 Kilometer wirklich Ladeinfrastruktur in Deutschland. Und für uns ist so ein Ja 2025 spätestens, wollen wir das 100 Prozent erledigt haben. Wir sind jetzt so bei 80 Kilometern im Schnitt. Es gibt natürlich noch ein paar Lücken, wo es mal mehr ist, fairerweise. Aber 40 Kilometer ist so die Idee, wo wir sagen, da soll die Hochgeschwindigkeitsladeinfrastruktur stehen. Und das sind dann nicht immer alle 40 Kilometer ein Ladepark, aber zumindest eine Hochgeschwindigkeitsladeinfrastruktur und dann ergänzt um Ladeparks. Ich habe ja vor ein paar Jahren gedacht, dass man irgendwie nochmal so einen Superstrom, so wie hier an so einer Achse, an so einem Rasthof, an der Autobahn, dass es dann automatisch teurer ist, so wie wir es ja vom Mineralölkonzern kennen. Ja, die Mineralölkonzerne sind da ja sehr tricky bei ihrem Pricing. Also das geht ja los, da gibt es ja dann tägliches Pricing, das ändert sich zur Feriensaison, kennen wir alle, wird teurer und solche Dinge. Und das wollen wir eben nicht, sondern wir wollen ganz klar sagen, immer gleich teuer, auch im Ausland. Und da ist aus meiner Sicht so, dass wir heute ganz auch selbstbewusst sagen, das ist besser heute schon als Mineralöl, weil beim Mineralöl weiß ich nicht, was es kostet an der nächsten Zapfsäule. Und du kennst das auch, wenn du nach Österreich fährst oder nach Italien, tankst du vor der Grenze oder nach der Grenze, was ist billiger. Und bei uns ist es wurscht. Also, EnBW baut weiter fleißig auf in Deutschland. Wir feiern hier mal noch ein bisschen Eröffnung. Ich sage danke fürs Gespräch. Danke dir und wir trinken was. Bis zum nächsten Mal. Es freut mich sehr, Sie hier heute an der Rastanlage Werratal begrüßen zu dürfen. Die Anlage, wie Sie sehen, ist erst jüngst in Betrieb gegangen. Alles ist noch ganz, ganz neu. Das sind so Momente, wo man dann als Politiker gern mit dem Elektroauto anfährt. Der Rastanlage hat in den vergangenen Jahren bereits viel mit dem Bundesverkehrsministerium, mit den Ländern, mit zahlreichen Kooperationspartnern an rund 360 Standorten, rund 790, schnell alle Punkte, errichtet. Ja, Werratal ist eröffnet. Bei mir ist jetzt Steffen Bilger, Staatssekretär im Verkehrsministerium und damit ja quasi auch zuständig hier für die Autobahnen. Was sagen Sie zu dieser Anlage? Also heute ist wirklich ein Tag, über den ich mich freue, weil das schon so ein bisschen Tankstelle der Zukunft ist. Also es wird immer mehr und mehr ja normal werden, dass Ladeinfrastruktur an Tankstellen vorhanden ist und hier ist es eben auch sichtbar gleichberechtigt. Wir haben hier die Schnellladeinfrastruktur, daneben die klassische Tankstelle und so soll es jetzt an immer mehr Standorten werden. Deswegen bin ich auch bewusst zu dieser Eröffnung gekommen, weil es eben auch für Tank und Rast ein richtiges Vorzeigeprojekt ist, dem weitere folgen sollen. Sie sind ja auch einer der wenigen Politiker, die sozusagen selber auch elektrisch fahren. Da muss das ja Sie auch nochmal besonders auch persönlich freuen, was Sie hier vorfinden. Ja, absolut. Also es gibt ja immer viele Zweifel, ob das denn alles funktioniert mit den Elektroautos, gerade wegen dem Reichweitenproblem. Und solche Stationen sind halt ein Beitrag dazu, diese Probleme zu lösen. Also ein erstes Beispiel, neben vielen anderen Anlagen, die jetzt schon in der Realisierung sind, aber hier ist es eben, weil es eine neue Anlage ist, finde ich besonders gut gelungen. Wir haben 400 Tank- und Rastanlagen, wo wir Vereinbarungen haben mit Tank und Rast als Konzessionsnehmer, dass dort schneller die Infrastruktur aufgebaut wird. Und dann kann man wirklich sagen, dann haben wir das flächendeckende Autobahn. Tank und Rast ist ja auch nicht der einzige Anbieter, sondern es gibt da noch private Autohöfe und so weiter. Und dann muss man sich keine Sorgen mehr machen, dass man irgendwo liegen bleibt mit seinem Elektroauto. Wie ist denn so aus Ihrer Perspektive der Stand des Aufbaus der Ladeinfrastruktur? Denn es wird ja schon massiv gefördert jetzt auch die nächsten Jahre. Corona-Paket legt ja auch nochmal was oben drauf. Ja, also am Geld scheitert es nicht. Wir haben fast 3,5 Milliarden Euro zur Verfügung, um Infrastruktur für das Tanken mit alternativen Antrieben zu fördern. Jetzt geht es darum, dass wir schnell den Hochlauf bei der Ladeinfrastruktur erreichen, weil die Zulassungszahlen von Elektroautos gehen ja erfreulich schnell in die Höhe. Bisher würde ich sagen, haben wir schon eine ganz gute Ladeinfrastruktur für die vorhandenen Elektroautos. Aber jetzt geht es eben darum, dass es schnell vorangehen muss mit dem weiteren Ausbau. Wir sind gerade dabei, die nächsten Förderprogramme auf den Weg zu bringen. Auch zum Beispiel, was die private Ladeinfrastruktur anbelangt, einfach um da auch noch mehr Hemmnisse wegzubekommen. Und insgesamt sehe ich uns da auf einem guten Weg. Ich denke, dass wir das hinkriegen können, dass entsprechend Ladeinfrastruktur für die zunehmende Zahl von Fahrzeugen zur Verfügung steht. Und in welchem Jahr kann Steffen Bilger denn wirklich 100 Prozent der Auswärtstermine jenseits von Berlin und Stuttgart, der Heimat, elektrisch anfahren? Das Schönste wäre, wenn man als Politiker nicht immer unter Zeitdruck wäre. Denn wenn man genügend Zeit hätte und es ist dann nicht so viel Zeit mehr, dann wäre alles jetzt schon kein Problem. Heute hatte ich dann noch die Herausforderung, dass es mehrere Termine in Hessen verteilt waren. Zum Teil eben auch dann ohne Ladeinfrastruktur oder nur mit langsamem Laden in der Nähe. Aber wenn wir uns anschauen, was zurzeit vorangeht, gerade Ausbau, Schnellladeinfrastruktur, nicht nur an Autobahnen, sondern auch in so vielen Städten. Also in den nächsten zwei, drei Jahren wird man, glaube ich, mit den auch dann zur Verfügung stehenden Fahrzeugen mit größerer Reichweite problemlos unterwegs sein können. Und wenn wir uns heute hier ein bisschen umschauen, ich sehe ein deutsches Fabrikat, ansonsten nur Teslas. Was wurmt Sie das als Vertreter des Bundes so ein bisschen? Naja, ich habe früher auch immer gesagt, wir müssen da schon schauen, dass dann auch deutsche Wertschöpfung davon profitiert. Aber irgendwann war es dann auch leid zu warten, bis die deutschen Hersteller kommen. Deswegen machen wir unsere Förderung einfach konsequent. Wir unterstützen, wenn jemand sich ein Elektroauto anschaffen möchte, egal von welchem Hersteller dieses Auto ist. Und ich glaube, unsere deutschen Autohersteller haben schon auch so ein bisschen Druck gebraucht durch insbesondere den einen hier stark vertretenen Marktteilnehmer oder auch durch andere. Aber da kommen jetzt auch mehr und mehr Modelle. Also ich glaube, insgesamt bei den Neuzulassungen sind die deutschen Hersteller deutlich über 50 Prozent in Deutschland. Das ist natürlich eine freudige Nachricht für den Standort Deutschland. Aber der Wettbewerb hilft definitiv, dass auch unsere Hersteller schneller zum Erfolg kommen bei der Elektromobilität. Im nächsten Jahr kann ja Tesla dann auch in den VDA eintreten. Er ist ja auch fast ein deutscher Hersteller. Herr Birger, danke fürs Gespräch und gute Weiterfahrt. Vielen Dank, alles Gute. So, knapp 90 Prozent SOC, 50 Kilowattstunden geladen. Ja, das sollte doch reichen bis Berlin, die knapp 400 Kilometer. Und das war mein erster Ladevorgang hier in Werratal Süd an dieser neuen Anlage von Tank & Rast und EMBW. Und das war auch unsere erste Emotion-Sendung nach der Sommerpause. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal und tschüss wieder nach Berlin. Macht's gut! Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal und tschüss.